Hallo Flieger, wir sind wieder in Waterna und in der Flugschule für Bruchpiloten und ich will euch heute zeigen, was der Unterschied ist zwischen Simulation und zwischen Arcade. Bisher habe ich alles in Arcade gespielt für euch und jetzt wollen wir mal gucken, was der Unterschied zu Arcade ist. Dafür starten wir einfach mal im Arcade-Modus und gucken mal, was dabei rauskommt. Erstmal, sobald der Motor ist sofort an, man muss ihn nicht anlassen, aber fliegen wir gleich erstmal los. Wie ihr seht, bei 90 hebt das Ding ganz locker ab. Man kann da locker mit hin und her machen, das geht alles ganz locker. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Seitenruder gebe, dann dreht sich das Ding einfach so auf einen Kreis. Also das funktioniert physikalisch eigentlich gar nicht, aber hier ist das ja überhaupt kein Problem. Und wir können auch irgendwie einfach mal so eine Rolle machen, da passiert auch nicht viel. Und wir können auch irgendwie auf dem Rücken fliegen, irgendwie sowas machen. Wir können irgendwo steigen, wir können uns irgendwie in einem Messerflug legen und wir können im Messerflug natürlich dann auch... Moment mal, gehen wir mal in einem Messerflug. Und dann steigen wir mal im Messerflug. Das heißt, das ist eine Sache, die eigentlich nicht gehen sollte, weil wir haben ja momentan keine Tragfläche mehr, auf der wir hängen. Trotzdem, unsere Höhe, die dort angezeigt wird, ist Altitude, wird 190, 200, 207, 209. Also ich kann mich ganz so aufrecht stellen, kein Problem. Ich fliege einfach. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist Seitenruder geben. Das heißt, das Seitenruder hält uns in der Luft. Super Idee. So, wir können irgendwie zwar ein bisschen, also richtig im Kreis fliegen kann man gar nicht. Nicht so, wie man das machen kann im Simulationsmodus. Weil das Ganze ist so ein bisschen, naja, keine Ahnung, ja, ist glaube ich eher für Mausflug gedacht. Das heißt, das Flugzeug fliegt da hin, wo du mit der Maus hin zeigst. Aber so richtig sinnvoll für eine Flugsimulation ist das nicht. Das hat auch nichts zu tun mit fliegen können oder sonst was. Das Flugzeug, ja, kommt da so eine Meldung, ja, da könnte was stallen oder so. Aber das tut es nicht wirklich, weil irgendwie, ich brauche keine Geschwindigkeit, um Looping zu machen. Das ist alles irgendwie kein Problem. Es ist völlig unmöglich, das Flugzeug irgendwie abstürzen zu lassen. Das geht gar nicht, weil irgendwie, egal was ich mache, es gibt keinen Stromsabriss und gar nichts. Und wenn ich irgendwie einfach nur gerade in die Luft steige, was ich jetzt mal mache, kommt irgendwie praktisch diese Meldung und dann fliegt er einfach nicht mehr höher. Das ist alles. Kein Stromsabriss, gar nichts. Ich habe eine Geschwindigkeit, die ist bei 120, das Ding fällt einfach um, die sackt einfach ein bisschen runter. Das ist alles, was passiert. Aber abstürzen tun wir nicht. So, dasselbe können wir irgendwie auf dem Rücken machen. Wir können wahrscheinlich auf dem Rücken sogar ganz locker ein Außenlooping aus dem Nichts heraus machen. Jojo, das geht alles. Und, ähm, tja, was soll ich dazu sagen? Also, das ist das Spiel, das die Kinder spielen. Und, ähm, in Realismus und in Simulationen sieht das Flugmodell völlig anders aus. Das ist das, was ich dann euch gezeigt habe. Deswegen spiele ich kein Arcade. Das ist wirklich für die Maus und, äh, keine Ahnung. Ich sehe da jetzt keine Herausforderungen drin. Ich weiß nicht, es gibt vielleicht Leute, die da Spaß dran haben oder so. Aber ich finde das ziemlich, hm, spaßlos. Braucht man nichts, muss man nichts für kennen. Kann jedes vierjährige Kind. Also, äh, ich meine, es gibt vierjährige Kinder, die wahrscheinlich richtig gut Simulationen fliegen können. Äh, das ist wahrscheinlich noch nicht mal vierjährig. Irgendwie zweijährig oder so. Nicht, die Frage ist irgendwie, ähm, ich will, das Spiel, das mich ein bisschen reizt oder so. Ich weiß nicht, wie euch das geht oder so. Aber das hier, das ist, äh, keine Ahnung. Wo ist denn da jetzt irgendwie, muss ich da was zeigen? Ich muss nichts zeigen. Ich muss einfach nur hingehen, muss dann irgendwo meinen, 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 meinen Mauszeiger irgendwo hinzeigen lassen. Bam, 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 bam. Und, äh, dann kann ich irgendwo, äh, keine Ahnung, oh, da ist ein Ding da, das, doch, da haben wir ja irgendwie vorbeigeguckt. Dann gucken wir doch nochmal weiter und sowas. Wir brauchen nicht irgendwie, wir können das Ding fliegen, fahren wie ein Auto. Und, äh, keine Ahnung, also, passiert irgendwas? Nein, passiert nichts. Es ist irgendwie, keine Ahnung, es hat nichts zu tun mit Fliegen. Okay, das ist Arcade-Modus. Und richtig schlimm wird es, wenn wir in die, äh, was ist das, Kontrolls oder ist das eine Option? Ich glaube, das ist eine Option. Ähm, wenn wir diesen elenden, ähm, ne, das ist bei den Kontrolls, da gibt es nämlich irgendwo den Instruktor. So, mh, ja, den machen wir mal an. So, den Instruktor, den haben wir jetzt an. Jetzt gucken wir mal, was passiert. Jetzt ist es noch schlimmer. So, der Instruktor, der sorgt dafür, dass wir irgendwie überhaupt nichts mehr groß machen können. Das heißt, wir, äh, wir versuchen jetzt einen Install zu machen. Oh. Oh, mir nicht so richtig, ne? So, dann versuchen wir mal irgendwie, ähm, wie, keine Ahnung, auf den Rücken zu fliegen. Ach so, weil ich mit Joystick fliege, geht das sogar. Auf der Maus würde er mich jetzt irgendwie, ähm, äh, anders hin drehen. Auf jeden Fall sorgt er dafür, dass ich, äh, einfach gerade ausfliege. Also, ich muss ihn jetzt nicht mal mehr halten. Ich drehe ihn einfach irgendwo hin und er fliegt dann irgendwie einfach diese Richtung. Ich lasse den Joystick los und er bleibt stabil. Er bleibt einfach da, was, was los ist, weil das macht jetzt irgendwie, der Computer macht das Ganze. Das heißt, ich sage eigentlich nur noch, wo ich hinfliegen will. Oder ich richte das Ding aus. Der, der, der hat jetzt null. Gar nichts mehr. Gar nichts mehr. Und er limitiert meine, meine Lenkung. Ich kann das System, das Flugzeug eigentlich nicht mehr, ähm, zerstören. Außer, dass ich irgendwie geradewegs mit der Nase mich in den Boden bohre. Aber, und selbst das funktioniert nicht so richtig. Also, äh, 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 äh. Man kann das machen, ja. Man kann das machen, ja. Die Ziele werden natürlich toll angezeigt. Also, man braucht sie nicht zu suchen und nix. Da sind sie dann halt und da sieht man dann auch, die, 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 wie weit sie entfernt sind. Und wo man dann hinschießen muss, das zeigt ja dann auch an. Und, und ich weiß nicht, jetzt habe ich eine Entfernung von anderthalb Kilometer. Das würde ich niemals wagen, irgendwie bei der Simulation auf diese Entfernung zu schießen. Aber wahrscheinlich ist das hier, naja, keine Ahnung. Äh, ist das eklig. Na gut. Äh, wer es mag, für den ist das sicherlich da. Ich will gar nicht so viel schimpfen über diesen Arcade-Modus. Die meisten Leute spielen dieses Spiel im Arcade-Modus. Und damit verdient diese Firma ihr Geld mit diesem Modus. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Programmierer von dieser Firma, also von Gaijin, irgendwie das Kautzen kriegen. Weil sie sagen, na gut, okay, ähm, die Kinder bezahlen uns das, was wir machen wollen. Ähm, und die richtigen Spieler, die können das spielen, was sie wollen. Nämlich Simulation. Und wir haben uns richtig viel Mühe gegeben, eine tolle Flugsimulation hinzubringen. Aber den Leuten ist das zu kompliziert. Also spielen sie Arcade. Äh, also wenn ihr reingeht in dieses Spiel und Arcade spielt, kriegt ihr das, was ihr verdient. Ganz einfach. So, ich schalte das mal bloß wieder ab. Das ist ja nicht zum Aushalten. Furchtbar Autotrim aus. Natürlich. Bäh. Furchtbar. Und Return to Hangar. Und, ähm, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie, ich weiß nicht, wer das mag. Ich mag das nicht. Ich finde es tierisch nachweilig. Ähm, ja, also das ist, ähm, warum ich euch das nicht beibringe, sondern warum wir, wenn in Simulationen bleiben, weil da sieht das mir dann doch ein bisschen ganz anders aus. Und wenn ich da irgendwie so einen Scheiß mache, wie das eben, dann sieht das irgendwie richtig anders aus. So, wir starten das Flugzeug. Wir hüpfen nicht mal eben so von der Landebahn, so von wegen bei 90 Sachen so. Hüpf, hüpf. Ich glaube, das macht das Flugzeug nicht so ganz mit. Seht ihr? So, also, nein. Es ist ein klein bisschen anderes Modell. Okay. Ich hoffe, ihr habt das begriffen, was der Unterschied zwischen Simulation und Realismus im Flugmodell und diesem elenden Kindermodus ist. Bis zum nächsten Mal.